Herzlich willkommen zu unserer OKR-Videoreihe. Heute soll es weder um die Entwicklung von OKRs gehen, noch wie man OKRs im gesamten Unternehmenskontext einsetzt und ähnliches mehr, sondern es soll ganz praktisch darum gehen, wie managt man eigentlich OKR-Teams. Und was ist auch der Unterschied zum Managen eines ganz klassischen Projektteams? Unterstellen wir also, wir haben ein sauberes Objective definiert, bleiben wir meinetwegen im strategischen Kontext. Angenommen, es gibt einen strategischen Zielzustand, ein strategisches Zielbild-Element, was wir gerne in Progress-Maker Zielbild-Puzzle nennen, also so ein Meta-OKR. Sagen wir mal, dieses Meta-OKR lautet, hey, in vier Jahren ist es uns gelungen, den außereuropäischen Marktanteil um sechs Prozent zu steigern. So, das ist Teil eines entsprechenden strategischen Zielbildes. Wir sehen es hier rechts einfach mal eingeblendet. Das ist das strategische Zielbild eines Automotive Suppliers eben im Marktentwicklungskontext. Und hier sehen wir eingeblendet genau dieses von mir genannte strategische Zielbild-Puzzle, was ein Meta-OKR ist, also einfach etliche Jahre weit weg. Von diesem OKR schneiden wir uns jetzt die erste Salamischeibe runter und wollen im Grunde ein Objective erreichen und sagen, dieses Objective, auch das, blenden wir einmal kurz ein, lautet jetzt sinngemäß, in Ruhe können Sie es gerne selber noch lesen. Hey, nach sechs Monaten haben wir es geschafft, Klarheit über den außereuropäischen Markt zu generieren und wir wissen, welche Kunden für uns wie attraktiv sind und wir haben es sogar geschafft, drei Letter of Intents in der Hand zu halten. Was ja wichtig ist, denn ein Objective muss ja ein Outcome haben. So, jetzt ist die Frage, wie organisiert man sich eigentlich? In dem Fall, OKRs haben ja einen Zeithorizont von drei bis sechs Monaten, im strategischen Kontext gerne sechs Monate. Wie organisiere ich das OKR-Team? Dafür einfach folgende kleine Grundprinzipien. Was mache ich auf gar keinen Fall im Vergleich zum klassischen Projektmanagement? Wir setzen uns also nicht hin und sagen, wie genau sieht der Plan für die nächsten sechs Monate aus, um diese drei Letter of Intents in der Hand zu halten. Wer tut sozusagen was, wann etc. Also das Planen der einzelnen Aktivitäten über eine Wegstrecke von sechs Monaten tun wir nicht, denn wir wollen ja kein klassisches Projektmanagement betreiben, was inputzentriert ist, sondern wir wollen ergebnisorientiert anhand weniger Key Results und da können wir uns angucken, welche Key Results hat man sich hier überlegt. Hier hat man sich zwei Key Results überlegt, Anzahl identifizierter, attraktiver Kunden im außereuropäischen Ausland und Anzahl von Kunden, mit denen man in aktiver LOI-Kommunikation ist. Warum diese beiden Key Results? Weil die Anzahl der LOIs kann dort nicht stehen, denn die müsste ja dann jeden Monat wachsen. Es gibt zwei absolute Qualitätskriterien guter Key Results. Das eine ist, es müssen Output- oder Outcome-Größen sein, da stehen also keine Aktivitäten, also Inputs, und gute Key Results wachsen jeden Monat, und zwar alle gleichzeitig. Und dass ich die drei Letter of Intense erreichen will, steht im Objective. So, wenn ich also jetzt nicht detailliert durchplane, wie mache ich das? Also nachdem Ihr Objective gut und also wirklich sauber strukturiert ist mit den gerade genannten Qualitätskriterien, müssen Sie sich fragen, was ist der Arbeitsmodus? Der Arbeitsmodus in einem OKR ist üblicherweise so, dass Sie mit Weekly Meetings arbeiten. Die könnten eine halbe Stunde dauern, manchmal reichen auch 20 Minuten. Sie können auch auf Dailies gehen, wenn die OKRs kurzläufiger sind, macht man gerne im Operational Excellence Umfeld oder eben zweimal wöchentlich irgendwas dazwischen, aber im Minimum eigentlich wöchentlich. Das heißt, wöchentlich und gerade am Anfang des OKRs setzen Sie sich einmal zusammen, vergegenwärtigen das Objective, diskutieren das mit Ihrem Team aus, damit jeder das wirklich vor seinem geistigen Auge sieht. Und dann fragen Sie sich, okay, was sind denn die wesentlichen Key Actions, die wir durchführen müssen, damit wir das Objective erreichen? Die Key Actions sind also kein detaillierter Projektplan, sondern es sind die Dinge, die einfach sehr offensichtlich sind. Das heißt beispielsweise, Key Action muss sein, wir haben in der CRM-Datenbank alle relevanten außereuropäischen Kunden eingepflegt. Die müssen da einfach drin sein, das heißt, das CRM-System muss zur Verfügung stehen. Könnte eine Key Action sein und vielleicht gibt es noch zwei, drei weitere. Das Entscheidende ist aber bezogen jetzt auf unsere zwei Key Results, dass Sie sich eher mit einem Zeithorizont und da kommt jetzt die Planungsebene von OKRs, also das Task Management wirklich ins Spiel, überlegen, okay, wer macht was bis zum nächsten Weekly Meeting und vielleicht haben Sie einen Planungshorizont von rollierend immer vier bis sechs Wochen weit. Das ist dann aber auch wirklich das Maximum, also dass man sich überlegt, was wollen wir jetzt eigentlich genau die nächsten vier Wochen erreichen, um unsere zwei Key Results nach vorne zu treiben. Denn die Key Results sind ja so gewählt, dass sie in Summe hinreichend dafür sein werden, dass ich das Objective erreiche. Was bei diesem Beispiel auch stimmen wird. Denn wenn ich sozusagen die Anzahl der Kunden, die wir aus dem außereuropäischen Umfeld klar haben, im Hochlauf habe und im Hochlauf habe, mit wie vielen befinde ich mich denn zumindest in der LOI-Diskussion, dann habe ich dort viel erreicht. So, und dann kann es sein, dass man in dem Weekly Meeting jetzt zum Beispiel sagt, dass Frank sich darum kümmert, im US-Markt einfach die Kunden durchzuklassifizieren A, B, C und die A-Kunden klar zu haben. Dasselbe macht Luise vielleicht für Brasilien und so weiter. So, dass man sich im Grunde sagt, okay, was ist jetzt das, was getan werden muss, damit die ersten Key Results klettern. Und da ja alle Key Results gleichzeitig klettern müssen, für gutes Umsetzungsmanagement geht man raus aus dieser Serialisierungsdenke, fragt man sich, okay, dadurch klettert Key Results 1. Was ist mit Key Results 2? Wir müssen doch nicht erst alles analysieren, damit wir mit den ersten Kunden ins Gespräch kommen. Dann sagt man, ja, okay, in der USA haben wir folgende zwei Kunden, Delphi und wen auch immer, mit denen wir auf alle Fälle schon auch mal erste Kontakte hatten. Ja, sagen wir, gut, dann, wer kümmert sich da drum, dort die erste Kontaktaufnahme zu machen, damit wir da eben anfangen, ins Gespräch zu kommen. So, es wird sozusagen auf Sicht gefahren. Es wird nicht durchgeplant, was machen wir die nächsten sechs Monate, sondern nächste Woche ist vielleicht dann der US-Markt und Brasilien bis zu einem gewissen Grad transparent. Da wird ja auch nicht alles durchflöt sein. Und vielleicht gibt es erste drei, vier Ideen, wo erste Kontaktversuche gemacht wurden, die noch nicht dazu führen, dass das Key Result Nummer zwei klettert, aber zumindest in Aussicht ist. So, und so mieten Sie im Grunde jede Woche, stimmen Sie sich im Task Planner dann ab. Das können Sie bei uns im Progress Maker tun, in anderen Systemen, Jira, Teams, auf dem Schmierzettel, völlig egal. Wichtig ist, dass Sie im Grunde von Woche zu Woche Ihre Minisprints machen, wo Sie mit Ihrem OKR-Team immer wieder als erstes das Objective reflektieren, was wollen wir in sechs Monaten geschafft haben, dann den totalen Fokus auf die Key Results richten. Also die Key Results sind das Herzstück eines jeden Objectives. Und der Herzschlag ins OKR kommt im Grunde immer dadurch, dass die Frage gestellt wird, was müssen wir tun, um die Key Results weiterzutreiben? Wer kümmert sich bis wann um was? Und dieses wann um was ist höchstens vier bis sechs Wochen, eher immer zwei, drei Wochen weit. Und auf die Art und Weise sind Sie agil. Sie wissen sozusagen sehr genau, was Sie erreichen wollen. Das ist das Sechs-Monats-Objective. Wir wollen mindestens drei Letter of Intense in der Hand halten. Sie haben den Anspruch, jeden Monat müssen die Key Results wechseln, egal ob um so viel oder so viel. Aber jedes Key Result wird wachsen. Das ist diese absolute Ergebnisorientierung in der Agilität. Und das Agile ist lediglich, dass Sie jede Woche rollierend nach vorne immer wieder überlegen, was tut wer jetzt oder lässt auch jetzt mit den üblichen Task-Management-Werkzeugen, die es so gibt, um die Key Results weiter vorwärts zu treiben. Einmal im Monat ist dann kurzer Kassensturz, denn in einem größeren Kontext werden dort dann die Key Results in die entsprechenden Systeme eingetragen. Man fragt jedes Mal auch noch, was gibt es an notwendigen Bedingungen oder Entscheidungsbedarfen, die wir selber im OKR-Team nicht beeinflussen können, aber die geklärt werden müssen, damit wir weiteren Fortschritt machen können. Nur in unserem kleinen Beispiel mag das sein, und Sie sehen es auch hier eingeblendet in dem kleinen OKR, Necessary Decision. Es braucht ein Interface zu einem bestimmten CRM-System, um eben die potenziellen Kunden dort auch einzupflegen. Das können wir selber nicht, muss jemand anders machen, dann wird das geklärt und im Monthly Sprint Meeting mit den entsprechenden Verantwortlichen geregelt. Heißt also, das Management in OKR-Teams. Es gibt als allererstes natürlich die Phase des OKR-Drafting und Craftings, dann steht das OKR, und sobald das steht, überlegen Sie sich, wie sieht die OKR-Taktung aus. Sie zentrieren alles rund um die Key Results und planen sozusagen immer nur rollierend nach vorne auf der Task-Management-Ebene, um die Key Results nach vorne zu treiben. Und das ist mit extremer Struktur und Disziplin versehen, Struktur plus Disziplin gleich Erfolg. Und Agilität bedeutet eben, immer wieder reflektiert den kürzesten und schnellsten Weg zum Ziel zu suchen. Und das besteht darin, die Key Results nach vorne zu treiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. excited. Vielen Dank. Vielen Dank.